Hallo Nasan, schön, dass du bei uns bist. Du durftest gerade den zweiten Tag der DigitalX eröffnen. Wie war die Stimmung? Tausende Leute sind da. Wie sind die Emotionen? Ja, auf den ersten Blick dachte ich, oh, die sehen aber alle noch müde aus. Zu Recht. Gestern waren natürlich auch schon viele spannende Vorträge am ersten Tag und danach wurde auch ein bisschen gefeiert und ich finde ganz ehrlich, das gehört auch dazu. Das ist ja auch so eine Art Teambuilding, dann, wenn man sich gemeinsam hinsetzt und dann noch ein bisschen sich unterhält und daher musste ich die erstmal alle ein bisschen aufwecken, aber die Stimmung an sich, die ist schon gut. Also man sieht, dass sich alle auf die Vorträge freuen und dass alle trotz Müdigkeit präsent sind. Du sagst es schon, wir hatten gestern so viele Highlights. Gibt es denn heute am zweiten Tag für dich noch vielleicht ein persönliches Highlight, was du mit uns teilen möchtest? Ja, tatsächlich. Also ich muss schon zugeben, es gibt viele, viele spannende Themen. Also ich finde KI ist einfach so ein aufregendes Thema, weil es eben uns alle und unsere Zukunft betreffen wird. Und wen ich besonders spannend finde, ist Neil Harrison, der erste offiziell anerkannte Cyborg sozusagen. Sehr, sehr spannende Persönlichkeit, auch äußerlich und auf den Vortrag bin ich schon sehr gespannt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall mit dir und sind ganz froh, dass du bei uns bist. Wir wünschen dir noch einen ganz schönen Tag Tag und bis bald. Dankeschön. Bis bald.